Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge von Let's Play 4 Cry 3 Ja das letzte Mal das ist so ein bisschen wie soll ich sagen das ist eine Außenposten-Einnehmen-Runde wie letztes Mal Also Leute ja das sind Gegner und nein ich hab keine Lust darauf draußen zu kämpfen aber die überfahre ich immer wieder gerne das sind auch nur Menschen ja das sind nur Menschen und ja aber sie sind böse und ja ich werde sie dann überfahren ich habe ja natürlich auch aus Versehen mal letztes Mal ja die falschen überfahren aber das ist ja Nebensache jetzt wir fahren auf jeden Fall das habe ich vorhin gerade markiert auf der Mark auf der Karte wollte ich sagen dass wir zu diesem Posten hier fahren und natürlich... ah scheiße ah ne he 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 ne das wollte ich gar nicht scheiße ich hab gar nicht bewegt dass da der Posten ist ja diese alte Minute kannst du dir sonst wohin stecken wir kommen aus dem Süden aus dem Süden ja dann ist er gut so hat sich das jetzt erledigt ich wollte gar nicht da reinfahren scheiße so weil dann fahre ich nehmen was richtig hier die ganze Zeit dann fahre ich nämlich von hier oben runter vögel tropische Vögel ah hat sich richten ist ein bisschen bequem wo sind da vorne Gegner komm weg kriege ich sie und tot äh hör lieber auf zu brennen da war ein Lotter Freak sooo dann jetzt langsam nach unten das ist ein guter Platz hier oben dann kann ich den Außenposten was sind das oh 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 das brauche ich doch scheiße die bräuchte ich ach man jetzt sind sie weg ich hätte ein bisschen Jagdinstinkt gebraucht ah ich weiß ich weiß jetzt wo wir sind hab ich kein Jagdinstinkt mehr ah das erwartete Warennehmung Warennehmung das sind ja voll viele Viecher langsam langsam komm bleib doch stehen komm hab ich getroffen bitte sagt dass ich getroffen habe komm ich brauch das dieses Viech ich weiß nicht mehr für was ob Munition oder Waffengurt ich bin mir nicht mehr sicher ach komm okay auf jeden Fall weiß ich wohl jetzt wo die jetzt sind wenn ich das nächste mal ein bisschen mehr hey ist ne Radio okay okay dann benutze ich mal die Seilwinde und auf die Knie wo ist der Alarm bei denen da vorne so der ist kaputt kommt doch der hat mich gar nicht entdeckt ah doch der hat mich entdeckt so der ist auch tot ja ja ah die kriegt mich ziemlich gut hier oben meine Frise der ist auch tot wah das ist ja richtig viele hier unten dann was okay das hat jetzt alles nichts gebracht dann okay die sind tot hallo sterbt doch bitte scheiße ouch hallo der ist tot da oben ist auch einer der der muss jetzt ah ja die sind jetzt auch tot ouch heil dich heil dich heil dich heil dich heil dich nein 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 spaß so schnell mit der Munition jetzt ist ein bisschen knapp ja ja versuch mich doch zu holen Hand wieder gerichtet und jetzt wieder weiter langsam ja komm ok ja ich hab wieder Munition das ist gut ja der ist jetzt auch tot ja ja versuch's doch da kommt der nächste Mist der ist tot was ach du scheiße das geht jetzt das geht jetzt schief das geht jetzt schief das geht jetzt schief das geht jetzt schief und es ging schief ja das hat jetzt richtig gut angefangen hier zuerst verfahren ich mich und dann ja 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 ähm die tiere sind vielleicht vielleicht mache ich das mal ein bisschen anders also noch mal munition habe ich jetzt ja okay da vorne ist ja ein scheiße davon ist ja voll viel nein 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 pure einbildung geht einfach zum stein bitte geht alle zum stein ihr seid herzlich willkommen hier geht doch zum stein dort ist der stein bitte geht zum stein alle gemeinsam zum stein jetzt geht doch zum stein da ist der stein geht zum stein der nächste scheiße einer muss ich mir schön schleichen ich will nicht mehr scheiße jetzt jetzt ist vorbei ich habe ja noch mal oder tops fickt euch sorry für die ausdrucksweise aber brennt doch einfach nieder ja scheiße jetzt kommen wieder so viele hier ein bisschen weil der c4 spüren den könnt ihr haben wo ach scheiße bitte heil dich jetzt hand richten noch mal bitte verbannt scheiße nein so oh komm du wirst schreien was hast du gesagt ich kann dich nicht verstehen meine waffe ist zu leise ja danke für dein zeug vielen dank für die blumen der nächste bitte hä wo ist er der ist jetzt in meine richtung gekommen so und der ist auch tot und der außenposten gehört uns jawoll so außenposten befreit kein alarm ausgelöst huppi duppi duppi die mission muss ich auch bald mal machen wisst ihr was komm wir machen jetzt eine wir machen mal eine aufgabe hier weil wir gerade hier sind neuer pfadesjäger in dieser region freigeschalt also komm machen wir mal leoparden haben die frau eines dorfbewohners zerfleischt jage sie mit dem am zielort gestellten bogen ok dann gehen wir mal dahin machen wir das nämlich jetzt gerade wundert es ist schon hier oben aktuelles ziel ja da oben muss ich hin fahrt des jägers neues tutorial schau nach fahrt des jägers symbolen auf der karte jage tiere um dir den respekt der rakia zu verdienen du musst die waffen und die munition benutzen die dir gestellt werden oder eine machete finde die tiere in dem jagtgebiet auf der mini karte super und hier gleich noch ein plötchen aufnehmen kaminrotes blatt so dann hier hoch und dann gibt es hier einen bogen dann okay muss ich denn wirklich so Leoparden, übrige Leoparden Ich muss vier Leoparden Upsala Autsch Okay Leoparden, wo seid ihr? Warte mal, ich tu mir schnell Ein Jagdinstinkt Was machst du? Äh So ein Jagdinstinkt Zusammenbrühen Ähm, da Jagdinstinkt Ein Serum, das Tiere abschreckt Ah, das ist natürlich auch super Nicht herstellbar Zutaten benötigt Diese Mittel konzentriert die Körperkräfte Und ermöglicht es beim Kampf mit Tieren mehr Schaden anzurichten Bernstein, gelbes Blatt Das werde ich als nächstes auf jeden Fall mal Benutzen Jagdinstinkt Äh Da unten So Und ich kann jetzt keins mehr herstellen Dann Jagdinstinkt So Was sagt mir mein Jagdinstinkt Da unten Okay Schaffe ich es? Oh Gott Muss ich den wirklich so ausschalten? Und Komm Komm ein bisschen näher Du Leopard Ich glaube ich habe hier gerade eine schwere ausgesucht Komm näher Das reicht nicht Ich muss näher ran Ich muss näher ran Boah Scheiße war das knapp Hier halten Hier halten Ekelhaft Mh Leopardenfell Ah Ich brüchte Wo sind die anderen Leoparden Jetzt ist es ja auch noch dunkel Ist da vorne eins? Ne das ist ein Da links ist einer Komm Komm Halt dich schneller Nein Okay das ist eine ziemlich schwere Mission Keleoparden mit Messer oder mit einem Pfeilbogen zu jagen ist nicht gerade leicht Und ich bräuchte mehr Wernstein gelber Blätter damit ich mir haufenweise Aber zum Glück kann ich ja ab hier weitermachen Dann mach ich mir nochmal schnell Nein Ja bla 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 So Herstellung Wir machen uns jetzt wieder Jagdinstinkt So Und Weisen ist hier unten hin Jawohl Darf ich Darf ich keine Spezialpfeile benutzen Bitte Das wäre doch jetzt echt toll Okay Ah da unten ist ja gleich einer Oh scheiße Da ist noch ein Bärensteingelbes Das sind mehrere Bärensteingelbe Was für ein Zufall Ah scheiß ein Dreck Ich töte dich Nein 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 Ah man bitte Okay wir versuchen noch einmal Und dann lasse ich es mal bleiben Und mach es sonst mal wieder Oder ich suche mir mal eine leichtere Mission für das denn es ist schon ein bisschen kompliziert also es ist nicht so leicht es ist wirklich nicht leicht falsche waffenklasse ja kommt die pfeile habe ich ich muss mir eins schon jetzt machen damit er mich nicht einfach angreift hier ja wahrnehmung und jagd insinkt so geht das dann hier blindern also ausweiten leoparden fälle lautstärke runterschalten so jetzt besser dahinten da sind auch noch welche dann stelle ich mir gleich wieder ein bisschen her nein ich drücke immer falsch jagdinstinkt 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 aber das andere hätte ich auch nehmen können ich idiot da ist jetzt egal da da ist der ist nicht hinter dem bischen oder nein der war arschknapp der war arschknapp so den zweiten hätte ich auch erlegt mhm lecker jason magst du denn kein leopardenfleisch mhm ne handjagdinstinkt bitte hallo rechts äh wo hallo ich habe jetzt ein jagdinstinkt drin ne wo ist dieses Viech ich höre jetzt ja die Gang ach scheiße wegrennen hier na du leopard komm jetzt hierher sorry ich war jetzt ein bisschen konzentriert leopardchen wo bist du ich höre dich da noch einer und den anderen habe ich ja gesehen ja endlich mal leoparden fällig weiß doch nicht für was ich das brauche aber vielleicht gucke ich mir ja später an jetzt ziehe ich gerade ein bisschen die Folge hinten die Länge scheiße jetzt habe ich ihn gesehen ich muss den mal ein bisschen ausweichen sonst greift er mich von hinten an ich habe keine Lust drauf wo bist du wo ist das Viech es ist so dunkel ich sehe ich so schlecht ist es da unten ja da ist er komm so stark wie ein tiger ist er nicht amen wow ja mich heilen sollte ich auch mal tot ist hier gut ist hier ja würde ich auch sagen hier noch die leicht hallo leoparden dings da vielleicht habe ich ihn ja schon jetzt automatisch ja dann habe ich die wo ist das Viech ja da würde ich sagen ich beende diese Folge ich höre einfach viel besser mit diesem Headset ich kann mich auf alles konzentrieren ja ich würde sagen bis zum nächsten Mal frohe Festtage wünscht euch die wünschen euch die verstrahlten Kellerkinder natürlich und wir sehen uns bald in der nächsten Folge und tschüss ich ja Vielen Dank.